Wir verabschieden an dieser Stelle alle Vegetarier und stecken das Fleischthermometer mittig in die dickste Stelle des Filetstücks. Weil das Thermometer via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist, können wir auf dem Handy die Gartemperatur vorwählen. Erreicht der Braten dann im Ofen die maximale Kerntemperatur, warnt uns das Telefon akustisch, wenn das Filet servierbereit ist.